Hallo meine Damen und Herren, wie toll, dass ihr, Sie alle da seid. Mein Name ist Daniel Kühnel, ich bin Intendant der Hamburger Symphoniker und das ist ein Teil der Hamburger Symphoniker. Normalerweise in den Sommermonaten spielen wir die Rathauskonzerte, die berühmten Benutten, da auf der Bühne. Heute haben wir aber das elfte Musikimpuls, das elfte Projekt im Rahmen des Musikimpulsprojekts. Und es passiert heute etwas ganz Besonderes, wir spielen nämlich kein so richtig normales Konzern, sondern wir lassen Sie euch dirigieren. Wer immer möchte, kann gleich nach vorne kommen. Wir haben zwei Stücke zur Auswahl. Einmal die Obertüre zur Oper Zauberflöte von Mozart. Ich sag mal, der... ... kennt man. Und das zweite Stück ist die Europa-Höhrer. Ich freue mich schon bei Mörder von Gittgen aus der 9. Symphonie. Was ein Orchester so tut, ist nämlich ziemlich hart. Also diese freundliche Bande zusammenzukriegen und denen auch sozusagen zu vermitteln, was man möchte. Also ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Das ist die Aufgabe. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß. Und uns Hamburger Symphonikern ist es einfach sehr wichtig, bei den Hamburger zu sein und zu zeigen, dass wir das ordinäre Symphonieorchester wieder schaffen. Also, wer immer sich traut, wir freuen uns, muss nur am Anfang sagen, welches Stück damit. Das ist die erste Verständigung mit unserem wunderbaren Orchester. Und dann muss man einmal durch. Einer nach dem anderen. Und mein Freund Carsten von Ploost hat eine sehr nette Familie, die eigentlich zu Argenberg Tierparks wollte, in der U-Bahn aufgegabelt. Und da ist auch Fabian dabei. Der hat mir zwar gesagt, dass wenn ich das jetzt sage, er einfach sofort weggeht. Aber ich hoffe, dann bist du fertig. Ich wusste, er geht nicht weg. Also, Fabian, komm mal her. Fabian ist der Erste. Also, der Zeit wird uns jetzt alles vorgegeben. Fabian, hast du das schon mal gemacht? Nein. Wolltest du nicht? Nein. Wolltest du nicht? Das ist ein Püblich. Ich bin der Götter. Ich bin der Götter. Ich bin der Götter. Ich bin der Götter. Und ich werde jetzt hier regieren. Hamburg ist ein Fonibli für euer Neuervergift. Fabian, toll, toll, toll. Welche Stück. Freude schön. Freude schön. Und du hast auf uns gefordert. Guten Tag. Bereit? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Möchtet ihr Mozart mal probieren? Ja, gut. Beide Zeit. Fuck. Ja, vertreibt es sich so. Ja, vertreibt es sich so. Ja, vertreibt es sich so. Untertitelung. BR 2018 Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch einmal vor dem Orchester zu stehen. Und ich würde jetzt gerne den Beethoven machen, aber im Tempo bitte etwas flüssiger. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen 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 Tag. Dann machen wir jetzt auch gleich bitte den Mozart. Mozart. Ja, auf vielfachen Wunsch. Mozart. Zauberflöte. Allegro. Ja, schönen Tag. Ja, schönen Tag. Mittleres Tempo bitte nicht zu schnell. Schleifern. Tschüss. 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 Schleift piano bitte. Sehr schön. Musik Musik Mehr Holzbläser bitte Ja Musik Mehr Holzbläser bitte Musik Herr Bolt, was anziehen Musik 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 Applaus Ellen möchte gerne Beethoven machen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Mozart, bitte. Von Anfang, bitte. Höchste Konzentration? Mozart. 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 Okay, action. Okay, stop, 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 you don't feel it, you have to feel it. Okay, so now we play without the notes, so you don't look at your notes, you just look at me, okay? Improvise. Okay, last time. Last time. Yeah? Come on. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, that's what I thought. Okay. 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 Also, ich versuche es so. Dankeschön. Okay. Okay. Yes, I will be here. Bye-bye. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020